So, jetzt Clip 5. Wir haben jetzt die freundlichen und netten Touristen, die aus Österreich kommen. Und wie ist es heute? Heiß. Heiß. Heiß, aber? Schön. Ah, okay, na, sie sagen heiß, aber schön. Aber trotzdem, unsere Fahrt geht noch weiter zum Wad Arun. Zum Beispiel der Morgenrote, ja, kann man noch auf dem Turm hochlaufen, mal schauen, ja, wie hoch wollen sie gehen. Dann danach, wir fahren mit dem Tuk Tuk zum Restaurant, zum Mittagessen, ein bisschen aus Ruhe in dem Restaurant. Dann danach, wir laufen durch den Lokalmarkt, dann mit dem Fähre zum Amulettmarkt. Und dann zum Schluss, wir fahren mit dem Expressboot zurück zum Dachsinboot-Anlegestelle. Ja, das ist unser Programm heute, angefangen seit 8.30 Uhr. Am besten Jahre seit, zu besichtigen, zwischen November bis Februar, ist nicht so heiß. Temperatur, durchschnitt von 20 Grad. Aber jetzt durchschnitt 35 bis 38 Grad. Das ist unser Programmierer. Das ist unser Programmierer.